Heute zeige ich dir, wie du mit Komoot am Computer deine erste Autotour planen kannst. Diese Anleitung ist speziell für Einsteiger gedacht, die noch nie oder kaum mit Komoot gearbeitet haben. Ich erkläre dir alle wichtigen Schritte und Einstellungen, damit du ganz einfach deine eigene Tour erstellen kannst. Also, lass uns direkt loslegen und deine erste Tour planen. Hallo, ich bin Thomas und mache jetzt seit 10 Jahren Anleitungen. Schön, dass du mich gefunden hast. Den Komoot Routenplaner, den findest du im Menü Touren, oben links im Kopf der Komoot Seite. Klicke auf Touren und dann ganz rechts auf den Button eigene Tour. Die Karte ist sehr intuitiv zu bedienen. Grundsätzlich ähnelt sie anderen Anwendungen, wie zum Beispiel Google Maps. Der Zoom in oder aus der Karte wird über das Mausrad gesteuert. Bei gedrückter linker Maustaste kannst du den Kartenausschnitt in alle Richtungen bewegen. Hältst du die rechte Maustaste gedrückt, rotiert die Karte. Icons und Namen drehen sich nicht mit und bleiben weiter lesbar. Um die Karte wieder einzunorden, drücke oben rechts am Kartenrand auf das Kompass-Icon. In der unteren linken Kartenecke findest du die Kartenauswahl. Einige Karten gehören zur Premium-Version und sind durch das grüne Bäumchen markiert. Eine weitere Anzeigeoption ist Trail View. Darauf gehe ich in einem anderen Tutorial ein. Wenn du neu bei Komoot bist, plane es zu Beginn einfach. So kannst du dich an die Bedienung ohne Stress gewöhnen. Hast du bereits Erfahrungen mit Google Maps gemacht, dann kann das sehr hilfreich sein. Lass uns nun eine einfache Route von Punkt A zu Punkt B planen. Alles was du dazu brauchst, ist ein Startpunkt und ein Zielpunkt. Nutze zur Suche des Startpunkts das Suchfeld. Gib eine Adresse oder den Namen eines Orts ein und klicke auf das Ergebnis. Wähle jetzt am linken Rand oder auf der Karte hier starten. Wiederhole den Vorgang mit deinem gewünschten Zielort. Du kannst auch in der grünen Box auf Punkt A und Punkt B klicken, um zur Suche zu gelangen. In diesem Fall erfolgt bereits eine Rollenzuteilung für diesen Wegpunkt als Start oder Ziel direkt nach Anklicken des Suchergebnisses. Bist du eher ein Typ, der auf der Karte sucht, klick auf der Karte Icons an oder einfach auf einen Fleck auf der Karte. Ob du dafür die linke oder die rechte Maustaste drückst, ist egal. Beim ersten Punkt kannst du Start oder Ziel zuweisen. Beim zweiten Punkt ist nur noch die Auswahl als Ziel möglich. Nach der Auswahl von Start und Ziel wird direkt eine Route erzeugt. Links unter der grünen Box findest du die Daten zur Tour, wie Dauer, Länge, Höhenmeter und Schwierigkeit. Darunter werden die Wegtypen und Oberflächen dargestellt. Die Wettervorhersage ist ein Premium Feature. Direkt unter der Karte ist das Höhenprofil zu finden. Weitere Einstellungen, wie die Sportart und andere, zeige ich dir in Kapitel 3. Klicke jetzt oben rechts auf Tour speichern. Gib deiner Tour einen Namen und klicke auf Fertig. So einfach hast du deine erste Tour geplant. Gleich planen wir deine erste Rundtour. Jetzt planen wir gemeinsam eine Rundtour, bei der du am Ende wieder an deinem Startpunkt ankommst. Das wird wahrscheinlich deine häufigste Art der Planung in Komoot sein. Öffne dazu wieder den Routenplaner über das Menü Touren und dann eigene Tour. Klicke in der grünen Box auf Route und dann auf Hin- und Rückweg. Rückweg. Nur so ist die Planung einer Rundtour möglich. Suche nun deinen Startpunkt und dann das Ziel. Das klingt etwas verwirrend, aber nur so wird eine Route daraus. Mit nur einem Routenpunkt neben dem Startpunkt wird meistens der gleiche Rückweg geplant. Deshalb planen wir jetzt einen weiteren Punkt ein. Suche wieder wie bisher per Textsuche oder direkt auf der Karte. Im Suchergebnis klickst du auf zur Tour hinzufügen. Jetzt wird auch optisch eine Rundtour aus deiner Planung. Die passen wir gleich noch etwas an. Aber vorher habe ich hier eine weitere Anleitung für dich. Hier unten unter dem Video ist ein Abonnieren-Button. Wenn du darauf klickst, erscheint eine kleine Glocke. Klick nochmal und wähle alle. Jetzt muss ich dich nicht immer anschreiben, wenn es von mir etwas Neues gibt. Das übernimmt ab sofort YouTube. Klicke doch nach dem Video auch noch einen der Daumen, um anderen zu zeigen, ob dir mein Video geholfen hat. Fragen, Kritiken und natürlich auch Grüße schreibst du am besten direkt in die Kommentare. Weiter geht's. Willst du die Reihenfolge deiner Wegpunkte ändern? Klicke in der grünen Box auf alle drei Wegpunkte anzeigen. Fährst du mit dem Mauszeiger über die Punkte, erscheint neben jedem Wegpunkt links ein doppelter Balken. Fasse diesen Balken mit gedrückter linker Maustaste und schiebe ihn an deine gewünschte Position in der Liste. Lasse die Maustaste los und die Punkte wurden neu sortiert und der Routenverlauf entsprechend angepasst. Auf diese Weise kannst du auch einen anderen Punkt dem Start zuweisen. Links unter der grünen Box siehst du wieder die Daten der Tour wie Dauer, Länge, Höhenmeter und Schwierigkeit. Darunter sind die Wegtypen und Oberflächen dargestellt. Weitere Einstellungen wie Sportart nehmen wir im nächsten Kapitel vor. Speichere jetzt die Tour, gib ihr einen Namen und klicke dann auf Fertig. Herzlichen Glückwunsch. Das ist deine erste Rundtour. In der grünen Box kannst du wichtige Einstellungen für die Tour vornehmen. Ganz wichtig ist die passende Sportart für deine Tour. Sie entscheidet maßgeblich über den Routenverlauf. Neben Wandern, Joggen und Bergsteigen sind diverse Fahrradprofil wählbar, einschließlich E-Bikes. Die Fahrradprofile präferieren unterschiedliche Oberflächen und Wegtypen. Rennrad plant feste Oberflächen wie Asphalt, Mountainbike nutzt überwiegend Schotter und lose Flächen. Außerdem berücksichtigen Fahrradprofile die STVO, zum Beispiel Einbahnstraßen. Deshalb kann diese Einstellung bei jeder Änderung auch zu einer Änderung des Tourverlaufs, der Dauer, der Länge und der Schwierigkeit führen. Auf besonders langen Touren kann es da zu erheblichen Unterschieden zwischen den Fahrradprofilen kommen. Komoot-Profis nutzen diese Einstellung, um einen besonders attraktiven Tourverlauf zu erzeugen. Das Fitnesslevel ist wichtig für die Beurteilung der Geschwindigkeit und damit der Dauer und Schwierigkeit der Tour. Die Routenauswahl nur hin und hin und rückweg kennst du bereits. Unten links kannst du den Tourverlauf umkehren. Über den Plus-Button daneben kannst du auch weitere Wegpunkte anlegen. Im 3-Punkt-Menü rechts kannst du wegen Folgen ausschalten. Davon rate ich dir vorerst ab. In einem anderen Video werde ich dir mehr dazu erklären. Eine weitere Option im 3-Punkt-Menü ist Zurücksetzen, womit du deine gesamte Planung löscht. Und hier noch ein paar kurze Profi-Tipps. Links über der grünen Box kannst du die Seitenleiste, das Höhenprofil und die Tourlinie ausblenden. Die Pfeile über der rechten Ecke der Box dienen zum Rückgängig machen und Wiederherstellen von Planungsschritten. Gefällt dir ein Wegpunkt nicht? Springe zurück. Hast du einen Wegpunkt aus Versehen gelöscht? Stelle ihn wieder her. Deine Tour ist nach dem Speichern auch auf deinem Smartphone verfügbar und du kannst sie sofort zur Navigation mit Komoot verwenden. Das erkläre ich dir in einem späteren Video. Das waren jetzt für ein Einsteiger-Video hoffentlich nicht zu viele Infos. Wenn du nach weiteren Anleitungen suchst, findest du diese in meinem Kanal. Ich erkläre sehr viel Google Maps, Anwendung von Garmin und Fitness-Apps. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Thomas.